Vielen Dank, ich habe den Ingenieur Hermann Rebelsteiner vor mir. Du bist ja eine Taekwondo-Legende und du wurdest heute nominiert. Was bedeutet dir dieser Preis? Ich fühle mich geehrt, hier eingeladen zu sein von Dan Pilzwieser, von dem Veranstalter. Auch die Jury ist eine sehr ehrenvolle Gruppierung von namhaften Personen. Er hat Kellner und so weiter. Und ja, es ist eine wunderschöne Sache, hier eingeladen zu sein und ausgezeichnet zu werden für etwas, wofür man auch Leidenschaft bewiesen hat. Wie wird es heute Abend noch weitergehen? Wird noch ordentlich gefeiert oder eher ruhig angegangen den Abend? Es freut mich, hier einige Personen zu treffen, einige Freunde, auch viele Kampfsportkollegen. Henry Pannert, seinen Trainer, habe ich gesehen. Fadi Merzer ist leider ausgefallen. Der Dan Pilzwieser, ein großer Meister, der auch sehr lange im Martial Arts sehr viel bewegt hat. Erhard Kellner und die Cellos sind hier. Also das wären nette Unterhaltungen und es freut mich einfach, hier mit dabei sein zu dürfen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns bald wieder. Ja, danke für das nette Interview und guten Abend. Danke schön. Danke schön.